herzlich willkommen hier wieder bei minecraft ja es ist ein bisschen was passiert nicht viel eigentlich kaum was ich habe müssen was hier drum herum gemacht ich war kurz noch mal woanders und ja das dorf ist jetzt ein dorf da kam nämlich ein also ein geisterdorf genau da kam nämlich also der dorf wuner ist irgendwie verschwunden warum auch immer weiß ich nicht ich habe es nicht mitbekommen er ist nicht mehr da ich weiß auch nicht wo er ist ja damals ein bisschen drum herum gegangen das war eben siri warum die sich auch immer noch meldet manchmal weiß ich nicht auf jeden fall hatte ich zwischendurch so gefühlt 10 20 zombies auf einmal und die spawnen ja dann manchmal nur in dörfern so genau müsste ich eigentlich habe eigentlich jetzt was vor was bestimmtes nicht ganz woanders hin mal wieder abwechslung aber ach ja genau warte mal ich weiß nicht dass ich immer machen kann ich heute war das falsche war das falsche hatte ich das hier jetzt oder nicht jetzt hier nicht aber es naja ach so ja genau erst mal wieder ressourcenpaket so es sieht natürlich viel besser jetzt aus wieder so genau ich habe hier ein bisschen was gemacht und hier und da ne der kann jetzt eben weg äh genau weil ich vor hab das hier weg zu machen dann habe ich hier trotzdem rasen und genau ja äh das ist das was sonst also mein boot habe ich da hinten gelassen ne ja genau ich wollte jetzt erst mal zwei tränke braun damit wir hier zwei neue zombie dorfbruner falls sie mich spawnen dann können wir hier schnell wieder was neues machen so so genau genau ich habe alles wieder hier dicht gemacht und so alles wieder aufgeräumt hinter mir genau so und der axolotl ist hier weg ah genau hier habe ich noch was reingepflanzt ich finde das sieht besser aus hier noch irgendwas ne genau ähm ja meine idee war jetzt dass ich hier vielleicht noch durch mache und dann dahin und hier zu mache das macht halt nicht mehr sinn und dann kann ich hier diese treppe wiederum nutzen hier runter zu gehen und dann hier sozusagen den fahrschl der er noch ist genau äh und und in die hinteren räume da hinten hin zu kommen das hätte mich was finde ich ähm dann kann man das mich da doppelt nutzen genau so was brauche ich jetzt nochmal da haben wir es doch ich brauche das ist mein spiel da genau so wir brauchen um einen trank der schwäche zu machen das ist dann genau zu vier minuten also erstmal auf eineinhalb minuten dann auf vier minuten aber redstone genau aber ich brauche erstmal glasflasche wasserflasche das mit einem fermentierten spinnauge trankte schwäche aber das müsste ich doch hier schon genau da sehr schnell so ich brauche aber jetzt ne wasserflasche die haben wir doch glaube ich auch schon ne das heißt ich mach das mal eben hier ich mach das dann gleich zu genau können wir den gang den wir hier schon hatten einfach offen lassen ja genau dann können wir da vielleicht zumachen so zack 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 und hier einfach so genau so also jetzt hätte ich redstone noch holen sollen he ähm redstone 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 das kann ja erstmal laufen hier hatte ich einfach ne wirkungslos wirkungswasserflaschen ja ja gut wasserflasche äh hier rein fermentierte spinnen auf also ein wurftrank äh 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 Wenn ich jetzt das nur aufm... Och, nö. Kann ich das... Warte mal. So. Schauen wir doch mal. Trinkt die Schwäche. Braucht ihr ein fermentiertes Spinnauge und mindestens eine Wasserflasche. Effekt nach dem Trinken ist der vom Spieler verursachte Nahkampfschaden beim Gegner nur halb so groß. Ja, schon klar. Aber wieso... Hä? Wieso? Gewöhnlicher Trank. Achso. Deswegen. Hä? Wie soll ich die hier jetzt genommen? Den wollte ich doch nehmen. Deswegen hat das nicht funktioniert. Macht Sinn. Ja, geht doch. Super. So. Jetzt gehe ich nochmal hoch. Ah, ich wollte noch Verzauberung. Genau. So. Das mache ich dann nochmal irgendwie. Da wir uns jetzt... Oder ich mich entschlossen habe, das jetzt so zu machen. Ah, das wächst ganz schön weit, ne? Dann brauchen wir jetzt nur Redstone, um das größer zu machen. Und zum Wurftrank zu machen. Auch mit denen, glaube ich, ne? Wurftrank, Schwarzpulver, jup. Genau. Und dann brauchen wir nochmal einen goldenen Apfel. Zwei. Wir brauchen... Stimmt, wir brauchen das Ganze mal zwei, ne? Und eine Wasserflasche brauchen wir. Äh... So. Fermentierte Spinnaugen. Wie kriegt denn man das nochmal? Ach so. Äh... Hier, ne? Oder? Mit sowas? Ne. Da. Spinnauge. Ne. Mit sowas? Mit sowas, ne? Hier bekamen wir nochmal ein fermentiertes Spinnenauge. Da. Ach, mit einem Pilz und einem Zucker. Stimmt, eine Pilzfarbe haben wir auch noch gar nicht... Ne, haben wir noch gar nicht wirklich. Boah, ein Pilz haben wir drüben. Okay, Pilze da. Wow, was ist das gerade für eine Musik? Wartet mal. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. So, wollt. Ich guck mal eben. Da. Gleich wird's besser. So. 5,5, 3. Genau so, was brauchen wir? 6, da, von 1,6, ich brauch hier... Ich brauch jetzt 2, da, von nur 1, 2, genau. Um das oben wegzumachen. genau so werden wir ganz viel und hier ist wieder schön viel gewachsen komme ich hier hin wohnen ist schon viel gewachsen 6 das ist doch genial sagt kommen wir ein weil ich machen ja aber wir sind eh bald wieder weg was heißt das nee sind doof ja so habe ich mit und da muss ja auch was sondern den hier weg die spinne kann es eh nicht folgen ja jetzt kommt man sehen hinterher genau also zuckern wir auch drinnen die zwei dinge da ich bin hier weg wasserflasche ja die hätte ich mir jetzt mitnehmen sollen egal gut da trankte sprich hier da und dann habe ich noch mal was was kann man denn da noch mal ach so da kann man so ein dings ja genau dann kann man da ich hätte direkt zwei daraus machen mehrere daraus machen können ich brauche mehr glasflaschen ja 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 fertig dann sprich hier und jetzt noch mal so wenn wir zum wurf trankte sprich hier reicht ja wenn wir ein erst mal genau minus hier angeschaut ja ja genau können wir mal den goldenen apfel schon mal holen das parat liegen ah ja genau ähm ja so ich hatte jetzt kurz ne kleine pause genau pilze wollten ja so war das doch ne so ein pilz das mache ich später wozu baut ich das jetzt also hei 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 zucker ja 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 um ein fermentiertes auge zu machen jetzt und zack ja also das ganze mal zwei ne ach ne reicht ja jetzt wir haben den einen kranker jetzt ne das heißt ja genau gehen wir jetzt nochmal zum zombie muss man eine kleinigkeit trinken ne ne wir wollten ja damit ist das gar nicht gut was wir ursprünglich wollten ähm benommen apfel so den goldenen apfel so ja und der müsste jetzt fertig sein ne wurftrang der schwäche vier minuten sehr schön ne hoch so ich werde hier jetzt weil ich hier doch auch noch ausholen ne ja und dann runter ja jetzt könnte ich jetzt nochmal gucken ob drüben was passiert da ich hab irgendwas gehört ich hab irgendwas gehört ich hab irgendwas gehört da den haben wir gehört den haben wir gehört dann wo ist denn der Hä? Hä? Okay. Äh. Da fehlt einer. So. Einmal. Ja, ach so. Ah, jetzt verstehe ich das Ganze. Ah, haha. Oh mein, ey. Oh mein, ey. Oh mein, ey. Okay, gut. Äh, wollen wir jetzt das Ganze hier? Oh ja, da oben. Ich seh's. Ah, ich seh's. Vielen Dank.